was geht ab leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja ihr wisst ja wie das hier so mit dem handy ist ich muss immer mal mit dem handy sei schon mit dem pc jetzt ich muss einfach mal einmal gucken ob die aufnahme läuft okay und die aufnahme läuft wenn du möchtest kannst du gerne auch noch was sagen weil wir haben einen special cast hier da was geht ab leute hier ist alles zucker am start alles zucker könnt mich gerne abonnieren genau ist auf jeden fall verlinkt und sorry ja falls ihr falls ihr euch jetzt wundert wieso die mikrofon qualität von ihm nicht okay ist oder hat gesessen sorry also schaut gerne auf seinem kanal vorbei so schlimm ist die gar nicht als das hört sich an jetzt hätte er ein 100 euro mikrofon würde ich an der stelle sagen weil das liegt an discord zurzeit irgendeine server verbindungsswäche stand da egal deswegen also wir werden das auf jeden fall wenn wir nachher stream ich weiß nicht ob wir das noch nachher machen oder nicht aber auch testen das liegt an discord wir werden nachher auch die discord app runterladen um zu gucken ob sich das besser anhört auf jeden fall es hört sich an als hätte ich würde sagen 80 euro mikrofon auf jeden fall perfekt also wir wissen nicht woran das liegt so gesagt damit ihr bescheid weiß wir sprechen gerade über discord genau habe ich doch gerade gesagt gut da fangen wir jetzt mal mit dem video wahrscheinlich seid ihr auf diesen titel gegangen weil ihr den titel gesehen habt und zwar ich teste ich teste realms plus das ist ja dieses neue und ich habe mir die 30 tage kostenlos gegönnt hier sieht man sichere cloud speicherung spiel auf beliebten beliebigen geräten die zuhelf auf realms und den minecraft marketplace haben unterstützung der minecraft community ein monat kostenlos testen wenn man jetzt auf inhalt geht sieht man das alles macht er eine quelle unglaublicher minecraft in der zunutze mit realms plus erhältst du sofortigen zugang zu über 50 marketplace objekten wie mashups welten skin paketen epischen abendfeuer und jeden monat gibt das etwas neues deine inhalte werden auf deinen persönlichen server gespeichert und stehen die auf allen plattformen zur verfügung auf denen auch realms sowie den minecraft marketplace nutzen kannst zudem können bis zu zehn spiele gleichzeitig spielen und sie erhalten alle komplett gratis zugriff auf die abonnenten inhalte in deinen realms also besser geht es nicht oder alles socker sein kanal dann nehmen wir auf jeden fall ein video auch noch auf kommt nachher gleichzeitig online da testen wir denn das spiel genau so ich kann euch mal zeigen was hier was hier gratis ist und zwar die zur zeit beliebtesten minecraft zu gestrandet ich lese kurz vor minecraft zu gestrandet im weltraum und himmelselekte dann gibt es natürlich noch gratis in sinn von restaurant simulator mit cookie und ein teller und so blitzbult fußballfieber monster trucks camp craft alter mit richtigen zelt und autowagen alter das ist heftig das testen wir chromahills hd ist einfach gratis hier alter meine app meine app die ich gekauft habe höre hin hero fair okay ich ändere noch so ich würde sagen welche app welche map soll ich rauf machen die camp craft also wo wir zelt haben und so wollen wir die mal testen ja okay das die testen okay dann testen wir die und hier steht für 9 für 990 coins überlegt mal wie viel das ist ja das ist wirklich ich denke mal das würde mich verkaufen für 8 euro oder jetzt herunterladen ist das nicht heftig zu allen zwölf skins gratis herunterladen 990 steht hier ich kann es auf jeden fall gerade herunterladen da steht herunterladen von camp craft circa 6 euro 6 euro ist heftig so wenn er jetzt mal runterladen du bist du gerade auf dem server ich hoffe nicht warte wie heißt es noch wie heißt es noch mal camp craft ja da hat er hat ein problem beim herunterladen wird es irgendwie gerade nicht runterladen doch jetzt drunter er ist es noch mal camp craft doch noch abgeschlossen ich kann ich warte ich mache einmal auf die welt ach nein ich habe die jetzt ich kann jetzt auch privat nutzen eine kantung privat nutzen nicht nur auf dem server okay ich gucke jetzt ob ich die skins nutzen kann ja weil das wäre ja dann eigentlich richtig heftig so dann nehmen wir mal hier ja hier mit der goldenen brille und du verwendest jetzt skin peter als das funktioniert also bis jetzt würde ich sagen lohnt sich das oder also was meinst du wenn man jetzt die skins sogar nutzen kann und gratis welten so ich finde es für 8 euro eigentlich recht gut weil du hast gratis textion paket kommt auch was dazu und wird immer weniger immer mehr ich sag mal so hier steht jetzt zum beispiel willens plus pakete da habe ich zu zwei zum beispiel gerade fünf gratis pakete und zwar raumschiff chroma hills stadt bauer mashup textur paket außerirdische welten und mini pfotenspuren also ist eigentlich heftig nur so dann gucken wir mal welt ersetzen wir bestätigen mal ach ich muss die welt erst erstellen so neue welt erstellen vorlage camcraft ja er sagt jetzt als hätte ich es gekauft in dieser welt können keine erfolge verdient werden so auf realms erstellen auf realms auf einen real ach so hier steht ja auch damit wird deine aktuelle welt von dem realen entfernen bestätigen welt wird erschaffen upload exportieren so leute jetzt könnt ihr euch drauf gefasst ich habe das extra so gemacht dass ihr alles sieht dass es wirklich komplett gratis das ist realms plus und bis jetzt muss ich sagen fünf sterne weil bis jetzt gab es auch kein fehler also man hat mir wird beigetreten okay du kannst beitreten wie im fluss habe ich immer alles durch gelesen genau also die bewertung also wenn das jetzt klappt mit der ganzen wie würdest du die bewertung also was würdest du für eine bewertung geben sagen wir mal so ich muss erst mal runterladen aus den paketen als das 39 mb sollte schnell gehen hier ist irgend grad noch mehr ja ja ich ich oh mein gott warum habe ich eh gedrückt das inventar wir sind hier gerade in irgendein zelt kann das sein anne doch wir sind in unserer hütte oh mein gott ihr seht es selber schon also 39 mb ist jetzt drauf es ging sehr schnell okay du bist drin ich mach mal kurz die tue zu ich bin ich ja ich sehe dich schon beigetreten alles zocker ihr könnten okay alles zocker 8 4 8 9 ist dem geladen wenn ihr wollt könnt ihr meinen win natürlich auch beitreten ich werde auf jeden fall irgendwie diesen code womit ihr beitreten könnt diesen link in die infobox packen und dann könnt ihr auch beitreten okay dreh dich mal zu mir und sagt mir ob ich den skin an habe und habe ich den skin habe ich den skin von dieser map hey coole brille ist für die auch so standard minecraft text du ja ja das das gehört noch dazu gut wir schauen mal also wir haben hier was ich hab ja mein obs offen ja ja kannst du machen also bis wenn ich gerade oben bei obs hingucke es läuft sehr flüssig okay dann schauen wir mal hier okay wir gehen jetzt raus wir spoilern jetzt nicht so viel wir zeigen jetzt unseren fans ich habe das ein bisschen schon gezeigt wir haben hier eine truhe mit einem buch willst du die durchlesen du das ist englisch kannst du dich noch erinnern wo wir mal eine welt zu ti konvertiert haben und dann wenn wir das buch geöffnet haben hat sich geschlossen aber ich finde es lustig dass es mit dem schwimmbad auch funktioniert habe ich mit ihnen auch ein video aufgenommen verlinke ich oh mein gott ich sehe schon was also ist das geil ich kann das nicht ich kann das glaube ich noch nicht warte mal einstellungen doch ich bin doch der chef und was will vorsichtig das gab es heute noch gestartet so sie ist erlaubt ach so warte mal ich hab mitglieds hier operat ich gebe es ein bisschen es ist schnell mal schnell ich bin da guck da ist ja hallo das ist ein villager hallo lustig das ist ein normaler bewohner dass man das mal her da muss ich noch dran gewöhnen warte ich bin durch gelesen kann man zu mir warte jetzt gehen wir erst mal in den chat und geben uns game mode du kannst nicht umsetzen jetzt schild der stelle ich muss mir auch gehen wird werden wir noch mal gehen mit mt game mode in dennoch sie also ich muss ein Modus perfekt wir spoilern jetzt nicht so viel weil damit einfach nur kreativ Modus kommt an mir und so okay so kann sich hier älten setzen mit rechtsklick ja ich merke es einfach als ich kämpflich die den Geschwindigkeit so so aber jetzt in Deutschland mit dem Markt das ist alles zu tun ja auch immer kann man sich hier hinsetzen auch in der Nähe eines Mannes wir wollen uns jetzt mal russfleisch kommen aber das ist nicht schuldig ich bin nur noch schlecht ich mache okay Prozent auch und hohen Schweinekotelett warte ich war ich mache jetzt ich mache aber es wollen nicht wollen nicht wollen nicht nur sein es geht drücken gebraten ist eine komplett kriegst einfach gebraten ist ganz es ist rechtlich bisher ist gut in der Kategorie zu essen okay okay wir gehen jetzt runter nicht wollen wir können so was nicht ich nicht mehr ich lese jetzt mal jedes Buch weiter Die Map-Verführung ist so großartig. Also, große Lagerfeuer. Du kannst alle Sachen von Food kochen, also Essen kochen. Und du kannst Marshmallows... Marshmallows? Gibt's jetzt Marshmallows? Ich muss nachgucken, ich guck mal nach. Oha! Warte, hab ich vielleicht... Es gibt jetzt Wurst! Wurst! Entspann dich, Digga, ich will sehen. Oha, guck mal, siehst du das? Was ich in meiner Hand hab? Ich guck halt selber nach. Alter, es gibt jetzt wirklich... Ne, Großkaninchen, das ist die Wurst. Ah, und Wurst... und gebratenes... Ach ne, Großhammelfleisch, das ist einfach Marshmallow. Oha, Digga, wie geil! Großhammelfleisch, das ist Marshmallow? Wo siehst du denn hier? Marshmallow? Ach da, mit Stock! Genau, das sieht ja richtig geil. Alter, das ist richtig Camping-Feeling hier. Leute, guckt euch das an, Alter! Okay, alter Schwede! Was passiert? Ey, das sieht halt so cool aus, ne? Okay, jetzt kommt die Wurst. Okay, was gibt's jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach. Also... Wollte, dass wir mal hier ne Überlebens-Map machen. Wirklich, dass wir hier campen. Schreibt es mal in den Kommentaren und lasst ein Like. Ab 5 Likes machen wir's, oder? Ja. Also dann machen wir auf jeden Fall sich jetzt so ein Video aufnehmen, weil das... Alter, ich krieg grad richtig Minecraft-Feeling-Bock. Also ich hab die ganze Zeit nur Fortnite gezockt, wenn man hier so sieht, was sich hier alles geändert hat und wie viel sogar gerade das geworden ist. Minecraft-Feeling-Bock. Bestes Deutsch. Ey, ich schwör, das wird der Neue. Hä? Es bewegt sich. Ah, wegen den Villager hier. Okay, lass ihn mal. Ah, Villager ist Tarnung. Etwas. Okay. Okay, komm, wir gehen jetzt die Straße runter. Okay, jetzt sind wir bei Z. Du musst mir folgen. Du musst mir folgen. Ich bin der Reisesführer. Sehr lustig. Ich muss ihn folgen. Ich hab die Map erstellt und gekauft. Äh, Spaß. Nicht gekauft. Alter. Warte, man kann sich hinsetzen. Oh mein Gott. Ey, wenn man nach oben guckt einfach. Guck mal. Guck mal. Guck mal nach oben. Dann ist das Zelt einfach weg. Kann sich hinsetzen? Bei mir nicht, wenn ich sitze. Warte. Warte, wenn ich... Ja. Kann sich hinsetzen auf dem Stuhl. Wie macht man das? Warte, geh mal raus aus dem Zelt. Geh mal aus dem Zelt raus. Ja. Und jetzt rechtsklick. Oh. Ah, wenn ich nach oben gucke... Als ob. Was, was, was? Geht's bei mir nicht weg. Wenn ich nach oben gucke, ist bei mir da. Ach, dann ist es die Sichtweite von mir. Egal. Man kann sich einfach hinsetzen. Okay, Leute, chillt. Ich mach kurz mal die Sichtweite, äh, voll. Was steht da eigentlich bei mir die Sichtweite? Wie im Imparnation... Trafik? Oh. Ich schwör, was hat... Also das hat mich früher immer genervt. Also dieses komische, so. Sichtfeld 60. Eigentlich kann ich das ja... Ach so, das ist ja was ganz anderes, das Sichtfeld hier. Äh... Mir steht Chunks auf... Ich stell's jetzt auf 44. Ich glaube, das müsst ihr ja aushalten, oder? Mir steht auf 11 und es leckt nicht. Also, die Seite aushalten. Und? Okay, ich hab's auf 44, aber das hält dir trotzdem weg. Ich weiß nicht was. Das ist ein Problem irgendwie von denen. Keine Ahnung. Kann man sich auch irgendwie... Okay, jetzt geht er nicht weg. Ich sitze nicht auf der anderen Seite. Ich sitze auf der anderen Seite und... Weil... Es geht nicht weg. Ich bin nicht mehr reingeht. Okay, warte, ich leg... Ah, das ist nur hier vorne. Hinden kann man sich nicht... Hinden kann man sich nicht... Hinden kann man sich nicht, oder? Hinden kann man sich nicht, oder? So, auf der anderen Seite gehen vielleicht. Hinden kann man sich echt nicht. Okay. Wir nehmen uns mal an sein Auto. Ich will, äh, fahren. So, was ist das jetzt nicht so? Okay, kannst du rein noch? Ach, das ist nur ein Sitzer. Okay, dann laufen wir einfach. Wir laufen einfach. Gut, da vorne ist ja noch so ein Wagen. Autos fahren kann man auch. Finde ich schon mal lustig. Hey, komm mal hier, komm mal her. Siehst du's? Ja, Mann. Ich mach mal Time Set Day. Ach, das ist dann nämlich das kleine Lagerfeuer, oder? Ah. Kann man es auch noch braten? Da kannst du die... Da kannst du Marsch, wenn du nicht braten. Ah, okay. Okay. Aber auch heftig, ne? Ist heftig. Okay, das war jetzt. Ich glaube, ich weiß wieso. Guck mal hier, komm mal her, komm mal her nochmal. Ich geh jetzt nochmal hier zum Feuer. Warte, warte. Jetzt guck genau, was passiert. Ähm. So, mal sehen, ob das jetzt so ist, wie ich denke. Ne, doch nicht. Ich dachte eigentlich, man kriegt Schaden, weißt du. Okay, das war die Straße. Warte, ich warte auf dich. Let's go. Okay, komm. Ich spür, kriegst du auch so richtig. Hier ist auch noch ein Wagen. Einfach zu zacken. Okay, was ist hier drin? Hier sind zwei Wagen auf einmal, aber... Warte, ich... Geh mal rein. Bist du drin? Warte, ich bin zwei auf einmal. Warte, steck mal ein. Bei mir? Kann ich... Kann ich hinten sitzen? Ey, ich bin drinnen. Stell rein. Ich bin drinnen, ich bin hinten. Bei mir? Ich bin hinten im Laster. Guck mal, bist du... Guck mal. So hinten drin? Ja, guck mal. Ich geh mal, komm mal raus. Guck mal. Hinten ist doch so ein Laster, ne? Willst du bei mir einsteigen? Warte, ich guck mal. Ja, hinten. Ah. Nee, ich bin genau vor dir. Gut, wir schauen uns jetzt mal die Stadtumrandung an. Willst du fahren? Okay, ich fahr. Warte, warte mal. Ich muss mir keine Sichtwerte ändern. Warte. So. Kann ich auch hinten innen rein? Ja. Hey, ich bin hinten. Oder? Dann siehst du einfach... Dann siehst du gar nichts. Ich kann fahren und... Warte, warte, warte. Ich bin hinten. Ja. Kann ich? Äh, du siehst doch dann gar nichts. Warte. Achso, bist du da hin? Ja. Okay, doch jetzt bist du bei mir. So. Gut, kann ich? Ja. Ich guck mal jetzt noch mal Auto. Ja, guck mal bitte nach vorne. Ich guck nach vorne. Gut. Oh mein Gott, ist das komisch mit der Maus hier zu fahren. Drück am besten F5. Nee, geht schon. Drück am besten F5 und dann fahr so. Ey, hier sind zwei Autos. Hier sind zwei Autos. Komm. Ich drück am besten F5. Ja, komm. Steig mal jetzt aus. Lass jetzt F5 einfach mal F5 sein. Jeder hat sein eigenes Auto. Ich fahr so. Ja, drück mal F5, ne? Ich sag dir, so ist besser. Dann Maus drin und dann weh drücken. Wer ist jetzt mit seinem Laster da? Da ist doch noch so ein Blouse. Nein, ich will aufsteigen. Ja, warte, ich will aufsteigen, sag. F5? Ich bin hier drin. Ach doch, F5 ist besser. Okay, F5 ist besser. F5 und dann... Ja, und dann einfach mit weh drücken und dann mit der Maus umgucken. Ja, so, so, so. Das ist besser. Okay, wo lang? Die geht rein. Das war's schon. Oder sollten wir jetzt auf der Straße fahren, da? Da gibt's doch noch so... Lass ja auf der Straße fahren, komm. Okay, Leute, bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir, gefällt mir super. Bis jetzt beeindruckt es mich. Geht das hier lang? Also für gratis auf jeden Fall mit Autos. Ja, ich folg dir. Also mit, äh, Auto und so. Okay. Ich weiß noch. Ähm, früher haben wir immer so Maps, Maps gekauft oder, äh, Addons runtergeladen, dass wir so Auto fahren können und jetzt gibt es einfach schon hier drin, ne? Das ist ja richtig geil, ne? Also für gratis. Oh, weißt du das? Ja, ja, ja. Und weißt du, was das geile ist? Ich muss es nicht mehr kaufen. Ich muss es nicht mehr kaufen. Einen Monat lang hast du das kosten. Aber wenn du es runtergeladen hast, hast du es doch für immer. Nein. Deswegen. Das ist doch das geile daran. Also bis jetzt wirklich super preis. Die Tektion schnell herunterladen. Ja, ja, alles, Digga. Oh, wir kommen jetzt zu der ersten Station. Ne Tankstelle. Alter, ne Tankstelle. Okay, lass hier reinfahren. Oh mein Gott, ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall nachher noch ein Video auf hier. So. Warte, ich tank schon mal. So. Digga, heftiges Feeling. Heftiges Feeling. Hier ist noch so ein Ding. Willst du da mitfahren? Ne, der sieht kacke aus. Was? Ja, was ist hier drin? Hier drin ist eine Truhe. Du, du hast ein Eisenschwert. Äh, ein Steinschwert hier bei mir. Äh. Ist ein Schwert und... Gut. Also erstmal... Geil. Also echt geil. Alter, hier sind sogar Rabe. Du kannst weiterfahren, ne? Willst du es machen? Ich wollte gerade Halsmau sagen. Hör du vor. Ich wollte es dir. Sorry, dass ich das gerade... Halsmau, hier ist ein Rabe um. Ein richtiger Vogel. Oben, oben. Guck um. Im Himmel. Guck, 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 guck. Hier, wo ich stehe. Der fliegt. Ach, der sehe ich, der sehe ich. Alter, ist Minecraft kräftig geworden. Ja, man hört auch den... Alter, okay. Warte, ich folge dir. Ich folge dir, warte. Ja, ich warte hier auf der Straße. Fahr. Also, ich schwöre... Wie viel hat die Map gekostet nochmal? Was hattest du da gesagt? 6 Euro sogar. Also für 6 Euro hätte ich mir das locker geholt. Warte, hier war's. Komm mal zurück. Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist einfach nur irgend so ein... Weiß ich nicht was. Was ist das? Ach, das ist so ein Camper. Ach, diese Fortnite-Camper. Okay, let's go, lass weiterfahren. Okay. Ey, das Auto ist einfach zu cool. Zu cool. Guck, vor dir, vor dir, Kaninchen. Aussteigen, 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 aussteigen. Nichts machen, ja? Nice. Okay, wir werden hier auf jeden... Ey, da kriegt man richtig Bock, ne? Kann ich das, kann ich das bitte? 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 Lauf mal weg. Lauf mal weg. Mal sehen, ob es dir folgt. Ne, es hat keinen Bock mehr. Kann ich das bitte? Warte, ich mach mal rohes Fleisch. Weißt du, es ist rohes vielleicht? Oder so? Ne, was essen? Nochmal? Haselnüsse? Ja, eigentlich schon. Ich weiß gar nicht. Und das gibt's ja leider nicht. Ne? Isst du Pilz? Nein? Gut, dann hau doch ab. Warte. Okay, Papa Geistborn, du schwörst... Okay, ich mach jetzt was, ich mach jetzt was, ja? Du guckst einfach mal hin und sagst mir, ob es gespawnt ist, ja? Ey, ich schwör, wenn das jetzt... Okay, warte. Da steht Papagei, aber du siehst es jetzt. Ich drück jetzt rauf, ja? Gar nicht? Warte, mach. Wo bist du? Ja, mach. Achso, cool. Ich hab was kaputt gemacht, schau kurz. Okay. Let's... Let's go. Alter. Warte, ist es das hier? Ja, das ist ne Eule. Was ist das? Ey, nicht spawnen, nicht spawnen. Nicht spawnen. Nicht spawnen. Ich hab hier einfach ne Eule gibt's. Alter, viel gratis. War, es fliegt weg? Ja, es fliegt einfach weg. Okay, komm, wir fahren jetzt mit Auto. Nicht spawnen. Komm, komm, komm. Wir lassen uns nicht so viel spoilern. Warte, die kennst du ja hier, oder? Das ist ne Fledum? Nein, das ist einfach ne Biene. Das ist ne Biene. Viel besser. Okay, haben wir ja doch... Es gibt's doch schon. Es gibt's doch schon. Ja, aber die sehen einfach mal viel besser aus. Jetzt komm, geh jetzt, äh, und Spoiler nicht so viel. Alles klar. Wir wollen weiter gucken. Let's go. Okay, fahr vor. Oh mein Gott, das Video geht jetzt schon lang. Wir gehen hier unten. Oh mein Gott. Wie lange nimmst du jetzt eigentlich schon auf? Boah, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall hören wir gleich auf und sagen dann einfach für den zweiten Teil mit Überlebensmodus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war jetzt komplett die längste, äh, Verlängerung, die wir gerade gemacht haben. Ich bin gespannt, wo wir aufhören. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, die Map ist vor allem so groß. Das für grad... Links, 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 links. Oh, hier kann... Da ist ein Weg. Da ist ein Weg zum Hochgehen. Nein, 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 das ist zum Hochlaufen. Das ist zum Hochlaufen. Das ist nicht für aufhören. Ich fahr mit Auto hoch. Ach komm. Ich fahr mit Auto hoch. Aber das machen manche wirklich, ne? Also, das gibt's ja extra so Autowege dafür. Ach, hier kommt man sogar mit Auto hochfahren. Seh ich gerade. Was ist oben? Ich fahr mal weiter nach oben. Ich bin falsch in Richtung. Oha, hier ist Schnee. Ne, ich bin richtig. Wo fährt man denn jetzt hier lang? Leute, kann mir das... Ach, hier die Treppe hoch. Oh mein Gott, ist das schwierig. Ich komm hier nicht hoch mit Auto. Oh hier, oh mein Gott, hier ist Schnee. Okay, man kommt hier doch nicht mit Auto hoch. Äh, kommst du einmal runter? Oha, Digga, flieg hoch, flieg hoch. Wieso? Was ist da? Warte, soll ich dich zu mir teleportieren? Nein, nein, ich steh auf und komm hoch. Okay, 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 ich komm hoch. Wo bist du gerade? Ich seh deinen Namen nicht. Alter, wo bist denn du lang? Hä? Guck mal. Alter, das ist Schwede. So eine Antenne. Ja, aber ich guck mal, hier oben liegt Schnee, ne? Ihr seht schon auf jeden Fall, es gibt vieles hier in Minecraft mit diesem Wii Plus oder so, wie es hieß, zu erleben. Ich komm mit den Karotten an, die Karotten sehen anders aus. Okay, komm. Ähm, ich würd sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich glaub, das wird ja auch mein neuer Lieblings-Skin. Und ja. Ja. Ähm, lasst auf jeden Fall ein... Wie findest du mein... Wie findet ihr mein Skin? Ja, ja. Ja, geschenkt Papier. Ja. Äh, ja, hast ein Like da? Ja. Ähm, ähm. Ja. Lasst auf jeden Fall ein Abonnieren. Alles locker? Genau. Abonniert ihn. Da kommt jetzt der zweite Teil. Wir werden, äh, also er legt jetzt auch hoch. Lohnt es sich, Realms Plus zu kaufen? Also an meiner Stelle würde ich jetzt schon sagen, ja, es lohnt sich. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Lohnt sich. Auf jeden Fall. Also man spart da auch richtig viel. Gönnt es euch auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, war's das mit diesem Video heute. Check direkt jetzt gleich bei Alles locker den zweiten Teil ab. Da werden wir sogar eine andere Map testen, die gratis ist. Und ansonsten würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Und... Tschau Leute. Ciao. Ich chill kurz. Ich muss gucken, ob's... Ah, er nimmt noch auf. Null. Der größte Fail. Wie immer. Okay, jetzt. Tschau Leute. Hält wird grundlos gutter. Der ... Wegant ... Wegant wie ... accessor keine ... Wegant wie ... Wegant ... Fehler?